Musik Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Ich bin wieder hier am Eiterner Ostsee und der Hans-Jürgen wurde gleich ab mit meinem Boot. Wir wollen ein bisschen gucken, dass wir ein paar Fische bringen. Ja, dann würde ich sagen, habt ihr Spaß mit dem Film und wünschen wir uns mal viel Friedrichheit. Ja, da kommen wir schon angetuckert. Da jetzt geht's los. Ich muss für mich einmal lächeln, sonst klappt es mir. So, dann starten wir mal. Wir sind jetzt hier vor Puttlos gefahren, vor dem Wienberg. Ich glaube, wir haben für sich eine gute Dorstelle hier. So, jetzt geht's noch ein bisschen weiter. Oh, mal schauen. Bis jetzt haben wir nichts. So, dann fang mal was hier. Du sollst filmen, du sollst filmen, wenn du dann fissen kannst. Ja, dann sind wir meistens beide gleichzeitig ein. Ja, deiner ist größer. Der ist genauso groß. Ja, ist ein schöner Dorch. Mal hochklang, lang. Ja, den anderen haben wir hier dran. Da hängt noch so einer. So, den nächsten Drill wird gefilmt. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt warten wir auf die nächsten Fische, aber die Beute sich ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Wenig, aber große. So, es wird geschleppt. Schön Biss gehabt, aber leider nicht verwandeln können. Jetzt warten wir mal, dass es was gibt. Ja, Dorsch war gut, jetzt schleppen wir noch und dann ist auch gleich Feierabend. Ja, ab und zu sind hier Meereschen an der Wasseroberfläche. Dann sieht man nur noch den Ring, wie die abhauen. Aber wenn man filmt, dann sind die natürlich nicht da. Wir rudern auf Land zu. Ja, der Hans-Jürgen, der ist den ganzen Lieben, der nimmt mir jetzt auch noch die Fische aus. Da ist ein Service hier an Bord, hör mal. Das habe ich bei jedem gehört. Gefesselte Dorsche. Ja Leute, der Angeltag ist vorbei. Wir haben zwar nicht die Masse gefangen, aber dafür klasse. Insgesamt vier Dorsche und da können wir zufrieden sein. Ja, dann wünsche ich viel Vergnügen mit dem Film und schaut demnächst wieder rein, wenn es wieder heißt, wir beangeln gehen. Und dann sagen wir mal Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020